Weiter geht's in unserem realistischen Projekt mit Müll und Forschung. Und heute wollen wir uns um die erste realistische Stadtplanung kümmern. Und da gibt es eine ganze Menge zu bedenken. Also grundsätzlich, ich zähle euch mal ein paar Sachen auf. Wir brauchen Wasser, natürlich Abwasser, Heizung. Wir müssen ein ordentliches Stromnetz planen. Damit fangen wir jetzt mal an. Wir brauchen in der Stadt, wir brauchen ein Einkaufssentrum, Krankenhaus, Schule, eine Bushaltestelle, Sport, Feuerwehr. Feuerwehr wäre idealerweise so, dass wir den ganzen Bereich hier mit abdecken. Und Polizei und Waisenhaus werden wir uns ersparen, da das mit dem Thema erst ein bisschen später kommt. Das wird später wichtig. So ab so 2.000, 3.000 Einwohner kommt das erst richtig zum Tragen. Da gehen wir einfach auf Risiko. Ersparen uns diese 300.000, 400.000, 500.000, wie viel es auch immer kosten mag. Ich weiß gar nicht, was eine Polizei kostet. Und ein Waisenhaus, aber da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Das wird eine ganze Menge kosten. Jetzt werden wir uns erst mal ersparen und wirklich auf Risiko spielen. Und dafür gucken, dass wir die Stadt am Anfang nicht über 2.000 Leute kriegen. Das ist mir wichtig. Okay, also machen wir weiter. Ihr seht, die Leute haben hier genug zu bauen. Wir sind hiermit beschäftigt. Da ist jetzt alles dran. Genau. Da sind wir schon bei 11%. 16%. Wunderbar. Dann können wir eigentlich einen so einen Teil da auch schon aktivieren. Einer dort ist für den Müll bereits aktiviert. Sehr schön. So, dann fangen wir mal mit der realistischen Stromplanung an. Aber zuvor machen wir uns wirklich mal einen Plan, wo die Stadt hinkommt. Und dazu würde ich gerne mal gucken, dass wir so grob dem Raster einmal arbeiten. Und das ist natürlich bei Nacht irgendwie ein bisschen schwer zu machen. Deswegen gucken wir mal, dass wir einmal dort lang gehen. Irgendwie ist das schief, oder? Genau. So. Wir gehen dann einmal an dem Raster weiter runter. So, jetzt machen wir sie wieder aus. Und jetzt messen wir mal ganz grob. Ich würde gerne so 500 Meter von der Industrie wegbleiben. Das ist überhaupt kein Bewandtnis. Ich hoffe einfach, dass das ausreicht. So, 400. Ja. So, sagen wir mal grob in der Ecke. So, ganz grob hier. Ist die Grenze. Dann kommen hier die Häuser hin. Und ich würde sagen, kommt da oben eine Reihe Häuser hin. Und da unten kommen die anderen Gebäude hin. Und dann machen wir die Straße hier weiter. Jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie am Raster schon ausrichten können. Genau. Einmal so. Zack. Und dann werden wir die Straße mal direkt hier reinführen. Und dann haben wir hier ein vernünftiges Straßennetz aufgebaut. Ist natürlich spannend. Dann müssen wir wahrscheinlich doch einmal ohne den Snap machen. und dann doch gerade reingehen. So. Ja. Das geht besser. Genau. So. Gut. Dann haben wir das Thema auch einmal dort weg. Sehr schön. Und dann werden wir die nächste Straße in Auftrag geben. Ich möchte gerne einmal den Teil hier. Und den Teil hier machen. Und dann, wenn das hier, wenn, wenn, also die müssen noch nicht fertig sein. Aber wir werden dann ebenfalls erstmal die Straße hier bauen. Ansonsten kommen wir da nämlich gar nicht zu. Bis hier runter. Das geben wir auch schon mal grob bis da in Auftrag. Das können sie dann schon mal weitermachen. Und damit die hier parallel arbeiten können. Ja, das müssen sie jetzt erstmal durcharbeiten. Okay. Gut. So. Da haben sie erstmal ein bisschen was zu tun. Wir werden das Stückchen hier nochmal beenden. Dass sie sich jetzt wirklich erstmal hier auf das Stückchen konzentrieren. Damit wir hier unten unsere Straße bauen können. So. Also. Strom. Strom, Strom, Strom. Bei den neuen Stromanschlüssen haben wir einen Vorteil und einen Nachteil. Also wir haben die große Leitung noch nicht. Nur die 15er. Und wir haben hier einen großen Anschluss. Und wir hätten hier auch schon kleine. Das will ich allerdings nicht nutzen. Ich möchte gerne einen großen Anschluss nehmen. Und wir werden uns hier hinten einen Verteiler ebenfalls setzen. Und jetzt ist die große Frage. Machen wir einen Hochspannungsverteiler oder einen Prioritätsverteiler? Ja, das ist eine gute Frage. Bei dem Prioritätsverteiler, was ist der große Vorteil? Wir hätten gerade im Realismus-Mode den großen Vorteil, dass wir dort Städte auf Priorität setzen können. Ich möchte aber eigentlich den großen Hochspannungsverteiler hier nehmen. Ja. Und mir dort für die Zukunft die Optionen offen halten. So. Jetzt werden wir auch mal direkt die aktivieren. Das brauchen wir jetzt am Anfang noch nicht. Und von hier aus gehen wir jetzt mit einer 15 Megawatt Leitung. Wollen wir mal, dass wir das mal vernünftig machen. Einmal dahin. Einmal dahin. Oh, das passt sehr gut. Zack. Einmal dahin. Einmal bauen, bitte. Jetzt können wir einen Auftrag geben. Aber wie gesagt, auch das wird erstmal abgebrochen. Und ich will erstmal wirklich jetzt die... Na, haben wir das schon? Ne. So. Dann haben wir den ersten Teil. Dann werden wir uns einen weiteren Transformator planen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das wirklich machen. Den Transformator müssen wir idealerweise hier vorne hinsetzen. Und von dort aus dann mehrere Sachen versorgen. und hier einen hinsetzen und dann hier. Der Zentralanschluss ist für uns nur da, damit wir von hier aus einfach mehrere Sachen in der Republik versorgen können. Und wir werden auf jeden Fall unten in der Stadt mindestens zwei Anschlüsse brauchen. Und wir wollen ja auch hier einmal komplett ohne Mods spielen. Das heißt, es gibt einen Leistungstransformator, der hat insgesamt zwei, vier, sechs Anschlüsse. Wir werden zwei bis drei für die Stadt brauchen. Und zwei bis drei hier oben. Das heißt, wenn wir den Gucken wir mal, dass wir den dort anschließen. Na, wir setzen den Schwierig. Ah, ich würde sagen, wir machen das tatsächlich, dass wir den von hier aus abzweigen. Genau. Einmal dahin. Wenn wir auch dich schon beenden. Du bist tatsächlich das wollte ich jetzt nicht. Die ganzen Sachen kriegen normale Anschlüsse. So. Dann einmal eine hochwertige Leitung, bitte. Hauen wir, dass wir von dort rausgehen. Oder einmal da hin. Ja. Ja. Einmal da, bitte. Okay, gut. Dann hätten wir das Thema. Und dann setzen wir die ersten beiden Transformatoren. Das wird einmal hier sein. In Zukunft hier ein bisschen mehr versorgen können. Nummer eins. Das wird einmal hier sein. Das werden wir ein bisschen weiter wegsetzen. Nämlich hier unten. Wir brauchen von hier. Mal, dass wir die oben gerade noch so mit reinkriegen. Ja. Da. Das dahin. Das werden wir bitte auch mal abbrechen. Und hier kommt auch eine unbefestigte Straße ran. Mehr brauchen wir hier nicht. So. Dann die ersten Leitungen, bitte. Wir wollen auf beide auf jeden Fall Hochspannungsleitung haben. Ah, das gefällt mir nicht. Ich befürchte, dass wir nicht anders zu machen sein. Dann gucken wir mal, dass wir uns den hier noch offen halten für die Zukunft. Jetzt gehen wir wirklich mal in die Richtung und einmal schräg rüber. Das ist natürlich schwierig. Ne, da müssen wir aufpassen. Wenn wir hier noch Gebäude hinbauen wollen, dann sollten wir hier unten tatsächlich mit einer Erdleitung arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich für den Bereich die bessere Option. Genau. Ja, so machen wir das. Okay. Gut. Dann haben wir das Thema. Dann können wir uns einen Haken machen. wir haben das Thema Strom abgeschlossen. Zumindest hier vorne. Und dann können wir uns hier um die Stadt kümmern. Und wow, das ist ja auch schon so weit. Nicht schlecht. Ja, die sind jetzt bis da am Gange. Das ist das letzte Stückchen, was wir noch machen. Dort sind sie auch schon eigentlich nicht ausgesetzt. Gerade gut, dann bauen sie es jetzt weiter. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das sind auch 141 Tonnen Kies. Und beim Thema Kies will ich auf jeden Fall gleich auch noch was machen. Da kommt er gleich zum Einsatz hier. Da können wir eigentlich schon mal zwei Kipper kaufen. Die wir dort mit reinpacken. Und dann werden wir hier noch mal ein bisschen mehr uns holen. Das ist aber eher Zukunftsmusik. Und jetzt kommt die wunderschöne Nacht zum Tragen. Und dann können wir in der Nacht vielleicht die Kies Entladestation planen. und ich möchte halt wie gesagt hier vorne so eine Kies Entladestation haben. Deswegen habe ich jetzt das Teil auch hier geplant. Habe ich lange überlegt, ob wir das mit oder ohne Zug machen. Wir werden die erste hier vorne ohne Zug planen. Aber mit der Option, dass wir hier runter zumindest ein Gleis verlegen können und wir hier noch genug Platz hätten, um eventuelle Dinge noch anzuschließen. So ist für mich die Idee dahinter. Das bedeutet, wir gehen erstmal auf eben ein ganz normales Lager und auch da gibt es ein paar schöne Sachen. Es gibt hier ein paar neue, die eine ganze Menge laden können. Ihr seht, die gehen hier auf Schildgut Entladen. Hier ist das Lager. Das geht auf bis 2000 Tonnen, aber so viel brauchen wir glaube ich nicht. Ich finde die nur einfach von der Sache her schick. 19 Tonnen Stahl, 15 Tonnen. Dafür kostet das 61 Tonnen Beton. Und wenn wir uns das mal angucken, was das hier kostet. Stahl kostet 285 und Beton, Beton, Beton sehen wir tatsächlich nicht. Zement würden wir sehen. Das ist schwierig, ob das günstiger ist. Ich würde vermuten, es ist günstiger, aber auf jeden Fall, was es definitiv ist, es ist flexibler, diese Sache hier. Deswegen machen wir mal 1000 Tonnen und das mal von da oben an, bitte. Wir setzen das mal nach da. Wir müssen das sogar spiegeln, ob es gut passt. Mal da hin. jetzt hoffe ich, dass wir an die Stelle, ansonsten besetzen wir das nochmal, ein Schüttgut LKW B-Laden noch rankriegen. Nein, wir kriegen das nicht ran. Okay, dann müssen wir das genau andersrum bauen, dann reißen wir das ab. Dann bauen wir hier Schüttgut B-Laden einmal hin. Genau so. Und so. Dann werden wir uns mal ein Lager hier vorne ransetzen. mit der Option, dass wir hier noch mehr hinsetzen können und natürlich hier auch noch eine Entladeeinrichtung platzieren können. So, jetzt machen wir mal in einem Bogen nach oben. Wir hier einfach noch genug Platz haben für andere Dinge. Wir können natürlich auch direkt von hier rangehen. Ich will einfach hier diesen Platz für eventuelle andere Gebäude noch offen halten. Okay, gut, das Thema können Sie auch schon losbauen. Da steht auch nichts im Wege. Das ist für den Kies gedacht. Das denke ich mal ist soweit. Okay, das kann schon gebaut werden. Okay, so, dann haben wir das Ding auch schon hier. Hier gibt es ein weiteres Verteilungsbüro. Wie gesagt, wir müssen bei diesen Verteilungszentren ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht zu viele machen. Seht, wir können maximal fünf von den kleinen einbauen. Ja, und wenn das Ding hier fertig ist, dann werden wir uns auf jeden Fall schon mal darum kümmern, dass wir das mal befüllen und schon mal die Sachen einstellen. Und jetzt gucken wir uns mal die Stadt an. Also, wir haben Strom jetzt dran, wir haben für die Bauindustrie gesorgt und wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Einkaufszentrum, Krankenhaus, Schule und so weiter und so fort. Das würde ich gerne hier an der zentralen Achse platzieren. Dann gehen wir und gucken, mal, dass wir so grob hier in der Mitte bleiben. Ich würde gerne ein großes Wohnhaus bauen oder Einkaufszentrum bauen, wenn ich ehrlich bin, das ist mir zu groß. Tja, das ist mir zu klein. Wir bleiben mal bei ihm hier. Das ist eigentlich ganz, ganz okay. Wir machen das mal ein bisschen weiter weg. Und die Sachen würde ich gerne im Raster platzieren. Und hier kommt auf jeden Fall ein kleines Lager mit dran. Damit wir das einfacher versorgen können. In Zukunft. Wir brauchen natürlich die Straße gleich, dass es gebaut wird, aber wir werden das erstmal alles platzieren. Jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwo wirklich ein kleines Lager haben. Das sieht doch niedlich aus. Ja. Guck mal, wo wir das mal da hinsetzen. Und wie ich finde, das passt sich doch ganz gut. Okay. Haben wir die Industrieverbindung. Perfekt. Einmal aufbauen. Wunderbar. Straßen machen wir gleich. So, das ist das Einkaufszentrum. Dann setzen wir mal direkt gegenüber vom Einkaufszentrum einmal das Krankenhaus hin. Und beim Krankenhaus habe ich lange überlegt, ob wir mit dem Großen oder dem Kleinen arbeiten, aber am Ende des Tages ist das Kleine einfach zu klein. Das ist einfach ein Problem bei dem Kleinen. Da will ich wirklich ungerne mit arbeiten. So, Feuerwehr bzw. Schule und Kindergarten brauchen wir auch. Jetzt ist die Frage, was für einen brauchen wir? Den Kleinen, den Kleinen oder den Kleinen. Es gibt in Zukunft noch mehr Schulen und Kindergarten, aber im Moment haben wir einfach nicht allzu viele Optionen. Das heißt, wir setzen mal den Kindergarten noch da. Die Schule setzen wir auf die Seite ruhig ein bisschen weiter hinten. Mal dass wir da noch ein paar schöne Wege durch kriegen. Oder wir setzen uns auf die Seite Ich denke, wir setzen es mal längs hin. Okay, gut. Also, haben wir die Schule auch, Kindergarten haben wir. Dann, ganz wichtig, wir brauchen natürlich noch eine Bushaltestelle. Die würde ich gerne hier vorne in diesem Bereich platzieren, dass die Leute da rankommen. Ist das eine LKW-Laderampe? Nee, ne? Ich glaube, das ist wirklich eine Bushaltestelle. Und da gibt es auch ein paar neue 800 bis zu 2000 Arbeiter. Die finde ich aber für das Ding passt schon ein bisschen übertrieben. Ich würde gerne den hier bauen. Beziehungsweise das Ding hat natürlich auch Nachteile. Ah, ist natürlich ärgerlich, dass wir hier so einen Eingang und einen Ausgang machen müssen. Dann müssten wir das so bauen. Ja, und den Eingang planen wir einmal da. So. Dann machen wir die restlichen Straßenverbindungen. Da hin, den haben wir dran. Die brauchen keine Straßenverbindung, die kriegen erstmal nur einen kleinen Kiesweg, mehr nicht. mal, dass wir da mal direkt ein planen. So. Dann kann dort auch schon mit dem Bau begonnen werden. passen zusammen, wir haben Einkaufszentrum, Krankenhausschule, Kindergarten, Bushaltestelle. Jetzt brauchen wir noch eine Möglichkeit der sportlichen Betätigung in unserer Stadt. Dann gucken wir mal, dass wir noch das bauen. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Kino und eine Feuerwehr. dann hätten wir hier, tja, was ist das günstigste? 90, das hier, 8,5 Tonnen Stahl. Sagen, das Heimbad ist wahrscheinlich das beste und günstigste. Sagen, wir bauen mal das hier. Ein bisschen weiter dahinten, dass wir noch die Möglichkeit haben, Wege zu bauen und Müll. Können sie das auch schon mit bauen. Und dann brauchen wir noch das Kino. Das können wir gegenüber setzen. Das sieht sehr gut aus. Einmal bitte da. Okay, die ganzen Sachen brauchen wir nicht deaktivieren. Das kann direkt schon angefangen werden zu bauen und dann hätten wir im Prinzip alles. Jetzt ist natürlich die Frage Polizei, Waisenhaus und so weiter. Feuerwehr werden wir setzen, wenn die ganzen Wege fertig sind, damit wir wissen, wo der optimale Weg ist, dass wir die Industrie mit versorgen können. Jetzt werden wir noch die Häuser setzen. Da kommt hier oben eine Reihe hin. die wie nicht nicht zu weit machen und hier unten eine hin. Der Müll hier oben soll ungefähr 500 Meter entfernt sein. Das ist meine Maßgabe, damit wir aus meiner Erfahrung aus den alten Let's Place die Industrie unten ist auch dreckig, aber das ist nicht ganz so wild, weil der Müll produziert unheimlich viel Dreck und da es sind jetzt ein bisschen weniger es sind hier 450 aber ich denke da können wir mit leben. So jetzt das Thema Häuser was machen wir da also wir haben natürlich jetzt nicht so viele Häuser wir können jetzt hier diese bauen aber ich will in dem Fall wirklich die am meisten sind 150 Leute wir wollen ungefähr 1500 haben also brauchen wir ganz 10 Häuser davon und auch hier werden wir mal gucken dass wir die erstmal ganz stumpf hier am Raster ausrichten da lassen wir gerne dort eins ein bisschen Platz dazwischen das sind jetzt 2 3 4 das ist 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 jetzt hoffen wir mal dass die schon überall ran kommen das haben wir hier ich denke wir werden die 1 näher setzen auf dem 3 abstand wir müssen ja den müll natürlich auch noch mit rein kriegen alles also 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so haben wir da 5 dann wollen wir hier hinten natürlich auch noch welche hin haben gucken dass wir die ungefähr in der selben Flucht setzen das ist einmal da genau einmal 1 2 3 2 3 2 3 dann machen 2 3 ungefähr passen unserer planstatt ja dann haben wir ungefähr 1500 leute und hier werden wir noch nichts machen wir werden die wege schon mal planen aber mehr auch nicht ich möchte hier halt einen weg haben ich möchte hier gerne einen weg haben und von da aus möchte ich natürlich auch gerne dann die entsprechenden häuser bauen aber die schließen wir halt wir dort noch den Müll reinkriegen denn wir brauchen natürlich das große Müllsystem hier vorne das wäre ideal wenn wir das damit reinkriegen und da sehen wir das passt schon das passt schon nicht mehr das wäre hier vorne möglich hier möglich da könnte man mit viel Glück auch die ganzen anderen mit versorgen ah doch wir kriegen es mit rein das passt so aber die werden wir noch nicht in auftrag geben das ist mir ganz wichtig wir müssen wirklich gucken was unsere Bauindustrie jetzt macht damit wir das ein bisschen mehr strukturieren so beziehungsweise werden es ein auftrag geben aber nirgends anschließen und wenn es nirgends angeschlossen ist dann können sie es natürlich auch nicht bauen einmal da lang das können natürlich bei den anderen gebäuden auch machen dass wir die nach unten hin anschließen na dann müssten wir die umdrehen ne das lassen wir so ne das lassen wir so okay gut einmal in auftrag geben und dann haben wir auch das okay so dann werden die gebäude hier schon gebaut das thema ist auch soweit und jetzt gucken wir mal wie weit er hier ist oh er ist fast fertig sehr schön noch ein Prozent es fehlen noch ein paar Bretter und ein bisschen Stahl und Ziegel und dann haben wir es im Prinzip dann ist das erste Thema hier fertig das sieht doch sehr gut aus gucken wir mal die erste kiesstraße ist im betrieb wir haben noch 1,2 millionen 1,2 millionen heißt die erste bauindustrie steht oh ja der verteiler ist auch schon fertig dann können wir jetzt das hier bauen und das bitte bauen parallel die Straße ist hier im Bau okay oh die Straße ist auch schon fast fertig sehr schön wunderbar dann können sie hier von dort aus dem schon anfangen die gebäude zu bauen die Straße wird auch schon weiter runter gefließt sehr sehr gut da sind wir auch dran ich würde jetzt gerne mal die priorität hier auf hoch setzen und die Sachen hier sogar temporär deaktivieren damit wir nur diesen Bereich hier bauen die Bauindustrie hier zu bauen ist soweit okay aber ich möchte ihn jetzt fertig haben und dann gucken wir schon mal dass wir hier entsprechende Chucks einkaufen wir brauchen auf jeden Fall einen ganz normalen abgedeck wir müssen überlegen was brauchen wir alles wir brauchen Essen Elektronik Chemie eigentlich haben wir mit dem alles können wir hier mit zwei kaufen einmal Büroaufgaben verwalten beladen müssen wir einmal bei ihm gucken er soll nicht nur Treibstoff sondern demnächst auch Kies beladen ah der Knopf ist auch neu das machen wir dann hier vorne so da ist die erste Leitung und der erste Trafo schon fertig das ist jetzt noch nicht ganz so wichtig seht ihr das habe ich tatsächlich vergessen zu deaktivieren aber das ist nicht so wild das Ding er muss noch nicht gebaut werden das ist noch nicht ganz so wichtig ok dann machen wir das nächste Thema was wir natürlich auch brauchen ist Strom sondern jetzt müssen wir überlegen wie kriegen wir das mit dem Strom raus Strom raus kriegen wir indem wir uns hier mal angucken was diese Gebäude brauchen und was er für Leistung hat also er hat 2,35 Megawatt und mittlerweile kriegen wir bei den Gebäuden ja auch eine Anzeige wie viel wir da brauchen das heißt das Ding hat ungefähr 300 Kilowatt das heißt 0,3 Megawatt 10 Stück sind also 3 Megawatt also brauchen wir mindestens zwei Transformatoren jetzt gucken wir mal was die Gebäude hier brauchen das ist also im Schnitt haben wir also 3 Megawatt das heißt wir sind bei 3,1 mit ihm wir sind mit dem Kino bei 50 und ich denke das Hallenbad auch nochmal 50 also 3,2 dann haben wir die Schulen da sind auch nochmal 50 3,3 also für den Anfang 3,4 das heißt zwei Dinger einmal hier und einmal dort sollten für den Anfang ausreichend sein so Klempner arbeiten einmal dorthin bitte einmal dorthin bitte ok da haben wir die Leitung dann nehmen wir die die nach unten führen Nummer 1 und Nummer 2 jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen dass wir uns hier nicht zu viel verbauen 1 1 zu weit 1 dahin bitte und einmal da hin und ok einmal einen Auftrag geben dann hätten wir auch Strom dann machen wir jetzt das Thema Abwasser und beim Abwasser müssen wir auch nochmal gucken was die großen Gebäude in Abwasser haben ihr seht das ist ungefähr Wasserverbrauch also ungefähr vermutlich auch das Abwasser 10 Kubik also 100 Kubik da müsste tatsächlich ein Wasserauslass reichen eine große Leitung hat 170 Kubik das reicht ist die Frage geben wir alle Gebäude eventuell von hier mit einem Wasserauslass rein ja das tun wir tatsächlich einmal Wasser jetzt müssen wir mal gucken dass wir es in die richtige Richtung fließen lassen da hinten zum See das ist Gott sei Dank nicht so weit weg das wird übrigens natürlich langfristig auch ein Problem werden weil wir da relativ dicht bauen aber wir müssen einfach hoffen dass es nicht so schlimm wird dann ein Wasseranschluss gleiches Thema wir müssen dort hier in diese Ecke gehen das werden wir einmal da hin bauen dann müssten wir alles dran haben wir gucken nochmal ja ein Anschluss müsste für alle reichen einmal da hin ok sehr schön so dann Wasserauslass wir werden wie gesagt hier keine großen Experimente machen einmal ihn hier bauen jetzt hoffen wir mal dass das ah wie her wäre die sogar noch Strom dran das wäre natürlich extrem gut müssen wir wohl oder übel hier ein bisschen terraformen eigentliche Hand sind zu weit entfernt ja das ergibt in gewisser Weise Sinn schauen wir mal dass wir mal hier vorne fixen Depot bauen schließen wir mal hier ich hoffe das reicht von der Reichweite dann machen wir mal zwei Bagger ich hoffe das reicht schon ansonsten müssen wir das Thema müssen wir das nochmal ganz kurz verschieben und werden uns erstmal ums Thema Wasser kümmern und beim Thema Wasser tja haben wir halt auch nicht so viele Optionen ich will am Anfang auch keine chemische Reinigung bauen das ist alles zu kompliziert das dauert zu lange das heißt wir werden hier wirklich eine Wasserpumpe kaufen ein Wasserbrunnen ihr seht das sieht ja eigentlich ganz gut aus das ist ja ein raumhafter mal das ist ja von der wow das ist ja qualitativ extrem gut wir machen das mal ein bisschen weiter weg sodass die Leute dann noch zu Fuß hinkommen und wir noch die Möglichkeit haben hier zu erweitern jetzt können sie auch schon anfangen mit bauen zumindest die Straße das Thema können sie noch beenden und dann kommt hier bitte jetzt eine Pumpe ran das brauchen wir definitiv und weiß ich nicht diese kleinen Pumpen sind irgendwie weiß ich nicht also irgendwie nutzlos wir machen direkt eine große so Wasserbrunnen klein ich bin überlegen ob wir halt gleich einen großen bauen wie viel kann denn der kleine ja wir müssen nee wir bauen gleich den großen wir müssen hier einfach mehr mehr versorgen und wir bauen hier direkt den großen Boden so einmal dahin da hat sich bei der Platzierung einen taktischen Fehler gemacht der ist jetzt natürlich falsch rum gebaut das müssen wir einmal spiegeln kriegen wir den auch da hin so wie gesagt das werden wir nochmal aufheben mitbauen dann auch hier die Druckwasserleitung und von der Mitte aus dahin allerdings werden wir hier vorne noch einen Verteiler setzen für die Zukunft dass wir hier in der Lage sind das Ganze möglichst einfach zu erweitern schön mittig raus dass wir auch da in der Lage sind in Zukunft andere Dinge noch zu machen hier reicht uns auch zum Bauen einer aus Lehm hin und dann kann wir den zumindest schon mal anfangen sehr gut also Wasser haben wir jetzt haben hoffentlich unsere Buggers da dass wir hier irgendwas nicht in Auftrag gegeben jetzt ist alles in Auftrag gegeben dass wir hier vorne einmal das Abwasser bebaggern können ist das zu weit weg die sind nur noch nicht frei die kommen gerade die haben wir sich wahrscheinlich gerade ein bisschen aufgetankt nun denn dann soll es so sein so das haben wir auch schon ist das hier ist im Bau wir werden mal die Priorität hier auf hoch setzen dass das als erstes gebaut wird und das ist fertig jawoll der ist auch fertig das heißt wir können mit der Befüllung mit Essen und Co schon anfangen Strom gibt es demnächst auch sehr schön sehr schön sehr schön dann können wir bitte mit dem Bau haben 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 auch definitiv hohe Priorität denn damit wollen wir uns natürlich eine vergrößerte und erhöhte Baugeschwindigkeit genehmigen jetzt müssen wir einmal ein paar Sachen hier mal grundsätzlich deaktivieren das Ding ist fertig das deaktivieren wir bitte das Ding brauchen wir auch noch nicht bauen die Leitung bitte auch noch nicht diese grundlegenden Gebäude damit können wir schon anfangen an den ganzen Rest hier unten das brauchen wir auch noch nicht bauen jetzt gucken wir nochmal in den Untergrund rein das sieht gut aus sind endlich unsere Bagger da ja da sind sie so denn ich möchte halt verhindern dass wir hier müssen das nämlich absenken ich hätte gerne hier den Wasserauslass in Reichweite des Stromanschlusses da vorne ich würde nämlich keinen extra Anschluss machen das sieht alles ganz gut aus und dass wir das hier reinkriegen es scheint noch nicht zu reichen einmal Abwasser bitte teile des Gebäudes müssen im Wasser sein ja ich weiß aber es passt so ist echt noch nicht steil genug muss ich hier noch auf der Seite ein bisschen anheben auf der Seite ein bisschen ablachen mal ein bisschen schmaler küsten hier müssen wir ansatzweise vernünftig machen ist auch interessant zu sehen wie dieser Bagger hier vorne jetzt in dieser Küstenlinie rein baggert so jetzt sollte es aber reichen oder na da war es doch zack wenn wir in dem Wasser auslassen dann hoffen wir mal dass das jetzt nicht zu viel Schmutz erzeugt und dort legen wir jetzt die Abwasserleitung hin zack einmal Bau bitte und da haben wir jetzt natürlich einen taktischen Fehler gemacht da haben wir natürlich einen taktischen Fehler gemacht zack das müssen wir nochmal das müssen wir nochmal weg machen wir dürfen im Realismus Mode niemals vergessen dass wir hier ohne Ende diese Verteiler bauen müssen sonst kriegen wir nämlich ein Problem dahin da genau das kostet Geld das machen wir nicht einmal da vorhin ein paar Fußwege dann machen wir die normalen Wege das reicht uns in dem Fall aus das braucht kein teurer Weg sein einmal da und einmal da ok sehr schön dann haben wir das alles und jetzt brauchen wir noch die Wärmeversorgung die Wärmeversorgung würde ich gerne tja da haben wir schon das erste Problem hier mit hinbauen das heißt ich möchte eigentlich hier ein Wärmekraftwerk hinhaben wir können sie natürlich auch hier hinsetzen müssen wir dafür genau mal eben diese Leitung abbrechen tja jetzt ist die große Frage wo bauen wir es am besten hin das Ganze hier hinten kommt der Müll weiter hin das heißt auch das hier müssen wir tatsächlich abreißen ja die haben es schon zu weit gebaut ah Mist ja wir müssen es abreißen das geht nicht müssen die Leitung abreißen die müssen wir nochmal neu bauen weil hier muss der Müll hin das müssen wir dann bei Zeiten noch machen aber das geht nicht die Leitung muss tatsächlich weg das müssen wir dann das müssen wir doch gleich ein großes tja es ist natürlich jetzt ärgerlich ich würde es tatsächlich gerne dahin setzen aber das ist mir zu nah wir setzen es hier hin da haben wir einen Strom Anschluss die linke Seite kommt einmal dann in Zukunft ein Kohle Lager vorne kommt eine Straße durch ich möchte das einfach nicht so nah haben das Teil das erzeugt einfach unheimlich viel unheimlich viel Dreck und genau das wollen wir nicht haben da hängt tatsächlich noch ein eine Stromleitung quer ihr seht der realistische Mode ist gar nicht so unkompliziert das Problem ist jetzt natürlich wir können dort keine Leitung einfach so abreißen und da geht einmal dahin einmal dahin einmal den weg bitte so also dann setzen wir uns hier unten und das ist mir wichtig bei der Heizung will ich gerne zwei Heizverteiler haben denn die Heizung ist wichtig ja also wir brauchen zwei Wärmetauscher den setzen wir einmal neben den Strom nach da dass idealerweise alle Gebäude versorgt werden und einmal nach da dann kommt eine Fernwärmepumpe die setzen wir hier oben hin können wir doch bestimmt irgendwie hier noch einen Weg runter ströbeln ja sehr schön zack so eine Fernwärmepumpe da unten hin dass wir hier diesen Weg gleich mal einfach mal durchziehen so soll da irgendwo noch was anderes hin bauen jetzt kommt eine Fernwärmepumpe bitte nach da einmal ein unterirdisches Fernwärmerohr wir nehmen mal den zweiten Anschluss und von da aus bauen wir bitte mal gucken wie wir das am besten machen einmal dahin einmal dahin das einmal das ist ja das ist die sogenannte Kaltleitungsschleife ja damit machen wir die die Heizleistung ein bisschen kälter das ist ja so das kostet jetzt auch eine ganze Menge Holz aber das Gute ist wir haben jetzt beim Strom und bei der Heizung jeweils die Stadt von beiden Seiten doppelt versorgt tja dann hoffen wir mal dass wir hier nichts vergessen haben wir haben soweit alles drin wir haben die Planung hier fertig wir haben auch den Weg hier schon soweit fertig da das kleine Stückchen setzen wir auf hohe Priorität dass das schon erledigt werden kann und dann werden wir uns in der nächsten Folge mit dem Einrichten von dem hier beschäftigen und das letzte was wir noch machen ist jetzt die Abriss Industrie nochmal in Gang bringen dafür gibt es hier die abriss Büros das können wir tatsächlich hiermit hinsetzen machen wir mal sieben einmal da bitte dort gibt es ebenfalls alles da oben und das einmal ohne Sprengstoff also müssen sie halt kaufen dann gibt es bitte auch hier ein Bus mit 40 Leuten und hier ein Müllwagen dass der Müll auch abtransportiert werden kann ihr seht das ist jetzt auch schon direkt mit drin das heißt das ist jetzt zugewiesen und wir haben jetzt hier Bauschutt das heißt da müssen jetzt acht Leute hin und wenn der Bauschutt also wenn diese acht Leute das abgebaut haben dann muss der Müll abtransportiert werden und dann ist im Prinzip auch das hier weg ok sehr schön damit haben wir den ersten teil erledigt das hier wird gebaut ist jetzt einfach eine ganze menge zu tun und oh ja das ist auch fertig wunderbar das ist hoffentlich auch bald fertig dann können wir die Bauindustrie hier definitiv vergrößern und dann wird das alles ein bisschen schneller gehen und dann sollten wir in der Lage sein den Strom Wasser dann werden wir die Gebäude bauen und die Leute einziehen lassen und was ich jetzt natürlich gemacht habe ist event diese Leute hier hier ziehen jetzt natürlich Leute ein deswegen müssen erst alle 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 Gebäude fertig sein bevor die Leute hier einziehen können aber da kümmern wir uns beim nächsten mal drum also nächste Folge Kleidungsindustrie wir müssen das System hier vorne in Gang wir möglichkeiten und aber sogar schon die nächsten trapo fertig also es gibt genug zu tun macht es gut bis dahin euer strategie ciao ciao ciao